so leute heute nachmittag ist dieses schöne paketikon ihr könnt ihr sicherlich sehen was es ist ja nach langer langer zeit ist er nun endlich und ich hoffe ja auch repariert wieder zurück hier bei mir ich werde jetzt erstmal ausbau auspacken werden wir erst mal anschauen und ja dann werdet ihr mehr darüber erfahren gleich seht ihr ihn ohne karton so ihr seht habe ich ihn jetzt ausgepackt so sieht er aus und ja hier vorne das teil hier das ist schon mal neu gekommen oder beziehungsweise ist jetzt neu gekommen er hat ein neues mainboard drin also so ein drucker ist ja ja man kann ja sagen ein eigenständiger pc also in dem sinne er kann ja auch drucken ohne dass er an den pc oder laptop oder was auch immer angeschlossen ist er wird denn hier über eine karte werden dann die daten da eingespeichert und dann wird das gedruckt ja wie der ganze jetzt im action aussieht habt ihr ja schon in dem ersten vorstellungsvideo gesehen jetzt habe ich ihn noch nicht an hat den einfachen grund weil er hat ein neues mainboard gekriegt und auch vorne die pc einheit zum einstellen ist auch neu geworden sprich er läuft jetzt mit einer ganz anderen software wie früher und da muss ich mich jetzt erstmal ja einfuchsen das werde ich natürlich jetzt nicht hier in dem video machen sondern das muss gewissenhaft und langsam geschehen und das werde ich dann nach dem video werde ich dann anfangen ihn ja zu leveln also sprich das heizbett hier was hier ist das auf ein niveau zu bringen sage ich mal das dass das genau gerade ist hier und passend zu den druck düsen also dass der abstand überall gleich ist damit da ja das gedruckte nicht schief wird oder die düsen denn hier in dieses so genannte dann werde ich auch mal ein video machen wenn ich was drücke ich habe auch schon so ja einige ideen was man mit dem drucken kann was ich euch zeigen kann ausprobieren kann was so alles möglich ist mit diesem drucker wenn ihr solche videos gerne sehen möchtet schreibt mir unten in die kommentare und ja ich habe da so das ein oder andere format schon im kopf ich weiß nicht ob es euch gefällt aber das wird man ja dann sehen jetzt wäre mir erst mal wichtig zu wissen ob ihr überhaupt interesse daran habt dass ihr ja mal seht wie der dann irgendwas ausdruckt erkläre ich euch ganz genau dann wie das funktioniert mit der software mit den einstellen mit dem ja mit dem programmieren des druckers dann und gucken was denn da rausgekommen ist als endresultat was man dazu noch alles benötigt und 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 also wenn da interesse besteht können wir da oder kann ich gerne noch das ein oder andere video machen ich habe auch so ein paar projekte die möchte ich gerne dann hier auf diesem kanal vorstellen die ich mit diesem drucker ja erbaue sage ich mal und dann auch ausprobieren werde das geht von einem zum einen habe ich da mal was vor mit ja schlapp schleudern und auch habe ich vor mir ja ein ferngesteuertes boot auszudrucken und das aufzubauen wenn ihr also so an sowas interesse habt schreibt mir in die kommentare und ja lasst einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und jetzt sage ich erstmal schüss weil der akku ist leer ich hoffe es nimmt noch auf also bis dann zum nächsten mal ciao